Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Alive4Football. Ja, ihr seht wahrscheinlich schon, wir stehen vor dem Rathaus in Bahnen. Heute bin ich eingeladen worden von Andreas Mucke anlässlich des 65. Geburtstags von Winter Papa. Das war der letzte Samstag, war das gegen den Klappmann, da habe ich geflucht, da dachte ich, da habe ich schützt. Und bin dann ausgerastet, in dem der Stücker guckte nur, wie kannst du das jetzt an der Gruppe führen. Ich war zwar auf der anderen Seite, da guckte er mich nur an sich, aber da kann man davon auch, Stadion darf man auch mal laut fluchen. Das kannst du sagen nicht, weil da war klar, das war das Haus. Ja, Jürgen, der schafft ja halb, der würde so brauche ich in die Mitte stehen, der ist doch in Frieden verheiratet, das geht ja nicht mit. Wir haben heute unser Abend, weil jetzt ist die Gegner, das ist ja Wahnsinn. Der Fußballer hat ja keinen Respekt mehr, der Fußballer lässt sich den Haushalt machen. Und das denke ich auf den Platzschocker, der das Team hat gekreift. In der Schule schon. Der hat ja oben die Kräfte auf der Straße. Und der Mann vom Kaiser, von der Kaiserstraße, Kreuz. Der hat ja vor dem Zerstrom in der Katerstraße. Da hat er einen Laden, da hat die Zahner Frau, da wollte er was in den Kochraum reinmachen. Das sind die Kleine, der hat alles kaputt. Ach, ich muss doch mal. Nein, ja. Ich glaube, jetzt auch mal, wenn er noch drei macht, hat er immer noch drei, hat er schon bestimmt. Es gibt acht Jahre, ja. Boah, das ist Wahnsinn. Ja, Hermes. Er ist schlanken Metall. Wer? Ja, Hermes. Hermes. Ja. Letztes Mal. Inhalt. Stadtleben. Seit 24 oder was. Ich weiß nicht. Sport. Luther Pöpper. Seit 26. Sie waren auch in Elf Freunde. Ja. Super. Ja. Echt. Er spielt ein Fehler, wenn du, oder tritt alleine auf. Auch der. Ich hab den mal gesehen in der Viertel war abends. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Das waren schon drei oder vier Stücke oder so. Entschuldigung. Ich hab den einfach schon mal gesehen. Ich hab den einfachen Full. Vielen Dank.